Zeig mal deinen Sack. Zeig mal hier, wie man so einen Sack füllt. Also erstmal den Sack drüber stülpen über das Rohr. Das ist so ein bisschen wie ein Präservativ. Man rollt das nicht ganz so schön auf. Genau. Ist halt ein bisschen kleiner, aber als gewohnt. Aber ansonsten so. Damit wieder blöde, blöde... Blöde Sprüchen für die Hand. So und dann... Dann macht man die voll. Dann liegt man die so hin. Dann schmeißt man sie hier hin. Und dann, das ist eine Wissenschaft für sich, müssen sie auf die Europalette so verändern, welche da sind. Ja. Also eigentlich kann man da nicht viel bei falsch machen. Das ist echt einfach. Hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach ist, hier zu helfen.